Das Tonstudio A-Ray Media befindet sich mitten im Grünen in einem alten Bauernhaus mit Hightech-Einrichtung. A-Ray Media ist spezialisiert auf Musikproduktionen im Folklorebereich, auf die Herstellung von Ton- und Datenträgern in Kleinserien sowie auf Drucksachen in professioneller Qualität. Unser Team besteht aus einer Mannschaft von begeisterten Leuten mit langjähriger Erfahrung. Nicht nur im Studio, sondern auch mobil sind wir bestens eingerichtet. Dadurch ist es uns möglich, die Aufnahmen an einem von Ihnen gewünschten Ort durchzuführen. Auch auf dem Gebiet der Beschallungstechnologie sind wir mit leistungsfähigen Systemen und fachkundigem Personal ausgerüstet. Eine eigene Grafikabteilung sowie eine leistungsstarke Inhouse-Druckerei runden unser Profil ab. In unserer Fabrikation werden die Tonträger mit modernster Technologie hergestellt, von Audio- oder Daten-CDs über Musikkassetten und Minidiscs bis hin zu DVDs. Die erstellten Tonträger werden streng getestet und geprüft. So ist eine Qualität auf höchstem Niveau gewährleistet. Von A bis Z wird alles unter einem Dach produziert. Wir unterstützen Sie bei der Herstellung und beim Vertrieb Ihrer Aufnahmen kompetent, zuverlässig und termingerecht. Wir stellen sicher, dass Sie am Ende ein Produkt erhalten, welches Ihren Anforderungen und Erwartungen entspricht. Fragen Sie unverbindlich an und profitieren Sie von unserer Beratung und langjähriger Erfahrung. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!